Was wird in Zukunft sein? Seit jeher übt diese Frage eine ungeheure Faszination auf uns Menschen aus und schon immer versuchen wir das Geheimnis der Zukunft zu entschlüsseln. In unserer modernen Welt stehen dabei Experten und wissenschaftliche Meinungen hoch im Kurs. Denn Wissenschaftler beschäftigen sich meist weder nebulös noch besonders emotional, sondern eher pragmatisch mit der Zukunft, auf Grundlage von Daten. Nobelpreisträger genießen diesbezüglich natürlich ein besonders hohes Ansehen, denn sie haben mit ihrer Forschung unsere heutige Gegenwart stark geprägt. Sie sind die Genies unserer Zeit. Und wo hat man öfter die Möglichkeit zu hören, was sie über die Zukunft denken als in Lindau? Beginnen wir gleich mit einem häufig besprochenen Thema. Bevölkerungswachstum. Auch Nobelpreisträger sorgen sich um die Zukunft der Menschheit. Und in diesem Zusammenhang fällt oft ein Name. Thomas Robert Malthus, der englische Geistliche, warf schon 1798 in seinem Essay On the Principle of Population eine Frage auf, die wir bis heute nicht final beantworten können. Wann wird es zu viele Menschen für zu wenig Nahrungsmittel geben? Er prognostizierte Katastrophen, die es bis heute in dem Ausmaß glücklicherweise nicht gegeben hat. Doch die Befürchtungen bleiben. Sie haben selbst gesehen, dass alle, die vor uns da waren, meine erste Folie, mit dem Aussterben endeten. Die Neandertaler vor nur 35.000 Jahren. Warum also nicht wir? Warum nicht wir? Tja, das ist eine gute Frage. Aber Sie müssen bedenken, dass das Aussterben von 10 Milliarden Individuen nicht dasselbe ist wie das Aussterben von 10.000 in Zentralafrika. 10 Milliarden über die ganze Welt verteilt. Das heißt, dass bevor wir aussterben, die undenkbarsten apokalyptischen Ereignisse stattfinden können. Feuer, Epidemien und was nicht alles. Wenn wir den Dingen ihren Lauf lassen, wird es nicht genug zu essen für alle geben. Kein Klima, das uns erhält. Daher sind wir dem Untergang geweiht, wenn wir nichts dagegen tun. Malthus sah vor rund 200 Jahren kaum einen Ausweg, forderte Bildungsoffensiven und Enthaltsamkeit zur Begrenzung des Bevölkerungswachstums. Enthaltsamkeit erscheint heute vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Bessere Bildung und der damit verbundene Wohlstand könnten laut Stephen Chu aber tatsächlich zum Ende der Bevölkerungsexplosion führen. Ah, da ist Licht am Ende des Tunnels. Dies ist die Projektion des Bevölkerungswachstums, abhängig von drei geschätzten Fruchtbarkeitsraten rund um den Erdball. Und was es wirklich ausdrückt, ist Folgendes. Am Ende dieses Jahrhunderts ist es möglich oder sogar wahrscheinlich, dass die Gesamtbevölkerungszahl tatsächlich ihren Höhepunkt erreicht und zurückgeht. Warum ist das so? Über die letzten zwei Jahrzehnte ist uns über alle Kulturen, alle Religionen hinweg etwas aufgefallen. Je reicher man wird, je mehr man in das Leben der Mittelklasse eintaucht, desto weniger Kinder bekommt man. Hierfür mag es viele Gründe geben. Frauenbildung, die Kindersterblichkeitsrate verschwindet oder wird stark reduziert. Late-Night-TV. Suchen Sie sich Ihren Favoriten einfach aus. Wohlstand als Verhütungsmittel? Das Problem könnte sich also von selbst lösen. Nächstes Thema Energie. Genauer gesagt, fossile Brennstoffe. Öl, Gas und Kohle sind äußerst praktische Energieträger. Man kann sie einfach transportieren und sie besitzen eine hohe Energiedichte. Eigentlich perfekt, wären sie nicht endlich und die Weltwirtschaft nicht so abhängig von ihnen. Wie lange die Vorräte auf der Erde noch reichen, darüber gab und gibt es unterschiedliche Prognosen. Nobelpreisträger Dennis Gabor sprach in Lindau über die endlichen Kapazitäten der Erde und erklärte, schon bis zur Jahrtausendwende werden wir merken, dass die Idee von fortschreitendem Wohlstand, Frieden und Glück eine Illusion ist. Jack Steinberger gab der Menschheit zumindest noch bis zum Jahr 2035, um Alternativen zum Erdöl zu finden. Und Robert Laughlin meinte, dass wir damit immerhin bis Ende dieses Jahrhunderts Zeit hätten. Der exakte Zeitpunkt ist schwierig vorherzusagen, aber fest steht, irgendwann werden die fossilen Ressourcen aufgebraucht sein. Einig sind sich die meisten Laureaten darin, dass bis dahin Alternativen gefunden werden müssen. Sonst drohen Kriege und soziale Umbrüche unbekannten Ausmaßes. Auch bei Nobelpreisträgern kann angesichts solcher Aussichten schon mal der Galgenhumor durchblitzen. Sie haben heute Morgen vielleicht diese Eiszeit-Zyklen in Steve Chues Vortrag gesehen. Und es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der nicht so fernen Zukunft eine neue Eiszeit haben werden. Damit müssen wir uns also auch auseinandersetzen. Und wenn wir diese Eiszeit haben werden, wird Berlin unter dem Eis liegen und wir werden nicht hier sitzen, weil über uns 200 Meter Eis liegen werden. Und wie viele Jahre wird das anhalten? 100 Jahre? Nein, das wird die nächsten 80.000 bis 90.000 Jahre andauern. 80.000 bis 90.000 Jahre? Gut, Problem gelöst. Keine angenehme Vorstellung. Zur Lösung des Energieproblems gibt es aber glücklicherweise viele weitere Vorschläge. Das Sammeln von Sonnenenergie durch Satelliten im Weltall, Kernfusionen oder Elektrolyse beispielsweise. In Lindau wird oft über erneuerbare Energien als Schlüssel zur Energiezukunft gesprochen. Rein rechnerisch kann man die ganze Welt mit Wind- und Solarkraft versorgen. Wäre da nicht das Problem, dass die Sonne bekanntlich nicht immer überall scheint und der Wind nicht immer überall weht? Hartmut Michel hat folgenden Vorschlag. Meiner Meinung nach wäre unsere elektrische Versorgung die beste, wenn wir supraleitende Kabel hätten, die die Photovoltaischen Felder in Arizona, Mexiko, in der Sahara, in China und in Australien verbinden. Denn die Sonne scheint immer irgendwo. Und wenn wir supraleitende Kabel hätten, die die Felder verbinden und die Konsumenten mit Elektrizität versorgen, müssten wir gar keine Elektrizität speichern. Robert Loughlin war allerdings schon ein Jahr zuvor in Lindau ganz anderer Meinung. Warum tun wir das nicht? Schlicht und einfach deshalb, weil die Leitung teuer ist. Es kostet eine Milliarde Dollar, um eine so große Leitung herzustellen. Und die Zinsen für diese Milliarde Dollar werden an diesem Punkt äquivalent zum Marktwert der Energie, die man in die Leitung packt. Supraleitung für den Transport von Energie zu verwenden, ist dumm. Dumm. D-U-M-M. Dumm. Es wird sich zeigen, wer recht wählt. Mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe ergibt sich allerdings ein weiteres Problem. Das dabei entstehende Kohlendioxid. Es gelangt in die Atmosphäre und trägt zum Klimawandel bei, also dem von Menschen mit verursachten globalen Temperaturanstieg. Ein Thema, das in Lindau immer wieder zur Sprache kommt. Viele Nobelpreisträger unterstreichen, wie ernst das Problem ist und fordern entschlossene Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Ich denke, dass wir Klimamodelle nicht wirklich verstehen. Wir werden dazu in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in der Lage sein. Ich bevorzuge einen sehr epidemiologischen Blickwinkel auf den Klimawandel. Ähnlich dem Blickwinkel, den wir einnahmen, als es den Verdacht gab, dass Krebs durch Rauchen ausgelöst wird. Also nicht alle Krebsarten. Aber wenn man rauchte, war die Wahrscheinlichkeit für Krebs höher. Und nach 10 oder 20 Jahren wurde es sehr deutlich, dass Rauchen die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, erhöhte. Obwohl wir keinen biomolekularen Einblick erhalten konnten, wie dies geschieht. Wir mögen aufgrund von Modellen des Klimawandels keinen detaillierten Einblick haben, was passiert. Aber wir wissen, dass etwas passiert, wenn es in Zusammenhang mit der steigenden Temperatur steht. Andere streiten die Existenz des Phänomens ab, wie beispielsweise Aiwa-Gaiwa. In seinem Vortrag von 2012 spricht er dem durchschnittlichen Temperaturanstieg von 0,8 Grad innerhalb der letzten 150 Jahre jede Bedeutung als Beleg für einen Klimawandel ab. Was bedeutet diese Kurve also? Meiner Meinung nach wahrscheinlich nichts. Warum ist es wichtig, wenn die Durchschnittstemperatur um 0,8 Grad steigt, sofern man sie überhaupt messen kann? Von 1880 bis 2013 hat die Temperatur von 288 Grad Kelvin auf 288,8 Grad Kelvin, also um 0,3 Prozent, zugenommen. Das ist sehr wenig. Wenn das stimmt, ist die Temperatur meiner Ansicht nach erstaunlich stabil geblieben. Zukunftsprognosen sind manchmal spekulativ, oft unbequem und auf jeden Fall kontrovers. Welcher Nobelpreisträger letztlich mit seiner Ansicht richtig liebt? Die Zukunft wird es zeigen. Leidenschaft, Ausdauer und Ideenreichtum können aus den heutigen Problemen aber zukünftige Möglichkeiten machen. Möglichkeiten für großartige Wissenschaft. Und für diese Aufgaben sind nicht nur Nobelpreisträger verantwortlich, wie die Laureaten gern am Ende ihrer Vorträge betonen, sondern in erster Linie die Nachwuchswissenschaftler von heute. Jetzt liegt es an uns und vor allem an Ihnen, sie auch wirklich umzusetzen. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen.